so sieht es unausgeleuchtet aus und jetzt seht ihr schon das licht kommt hier rein und man kann so den boden schön perfekt rot ausleuten das wäre jetzt so mein modell man könnte immer noch nicht so das wäre mein modell ja so sieht mein modell aus ziemlich einfach gebaut so moin moin willkommen zum tipp der woche ganz kurz das ist jetzt glaube ich immer schief drauf senken dass es bei tonen gibt hoffe ich und das ist die kurz so sieht es mal aus wenn ich bastel meine plattenspieler läuft und ja wir haben es jetzt hinbekommen ich habe die anleitung gelesen aber eigentlich war schlau geworden